Hallo Zondequid, Claudio Schiesl aus Rawa-Grambach in dem Fall mal wieder und Babbelsocker. Also das ist eine Sportart, ich glaube fußballähnlich kann man behaupten. Neben mir der Julian Wutte von der JVB Rawa-Grambach, die das hier organisiert. Was macht ihr da und warum macht ihr das eigentlich? Na, Fußball ist zu ein Vergnügen. Man ist halt in der Babbel drin und spielt Fußball. Es geht halt darum, dass man die anderen dann weghaut und ja, es ist zum Spaß, zum Vergnügen und sonst, ja. Okay, um was geht es beim Babbelsocker? Wie im Fußball halt, dass man Torre schießt, aber gleichzeitig auch, dass man die anderen wegschupft, so fest wie man kann, dass die nicht so schnell aufkommen und sonst halt die gleichen Fußballregeln und ja. Ihr macht das heuer zum zweiten Mal, heuer in Rabel, letztes Jahr war es in Grambach, da war ich Schiri. Okay, was macht ihr das jetzt in Zukunft jedes Jahr oder wie planen Sie das? Voraussichtlich machen wir das jetzt jedes Jahr. Es ist zwar noch nicht klar, ob wir es jetzt in Grambach oder Raber machen, jetzt haben wir es einmal da probiert. Und da schauen wir dann halt, ob wir es nächstes Jahr wieder in Grambach machen oder wieder da. Okay, und jetzt aber zum Spiel. Wie lange spielt man da? Wie gehen da so die Spiele aus und was sind deine Favoriten heute? Favoriten habe ich nicht unbedingt. Also wer am besten spielt, der hat mein Herz gewonnen. Und ja, das spielt dort ungefähr drei Minuten oder vier Minuten. Und ja. Okay, ja zur Erklärung, so ungefähr manchmal drei, manchmal fünf Tore, manchmal zwei, zwei, eins, so wie im Fußball halt. Es ist ganz lässig, ihr habt es jetzt ja bei Einblendungen gesehen. Und das, was ich jetzt mit dem Juli mache, habe ich auch noch in einer Sendung gemacht, nämlich jetzt tun wir uns gegenseitig bumpen, wie das so schön heißt, und niederstoßen probieren. Gut. 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 Na gut, ist jetzt aufgegangen und zwischenzeitlich das Wiko ausgeschalten, aber okay, ich glaube, jetzt haben wir es gut gekämpft. 2 zu 1 für dich. Ich richte wieder deinen Kragen hier. Lauft die Kamera los? Okay, danke für die Aufmerksamkeit. Das war Babel Soka aus Rabergrambach.